Speistige Reiste reisen selten bis Elba, dann achtet euch halt selber. Hallo meine Damen und Herren, heute hoffentlich der letzte Teil von der Bosch Ladestation und zwar sind noch ein paar Sachen passiert. Erstens mal habe ich festgestellt, dass dieser Kühlkörper hier schleift bzw. angeht. Da gibt es eine schnelle Lösung, zack kommt hier die Plaste rein und dann klebe ich das noch an und fertig, dass das Gehäuse keinen Kontakt zu irgendeinem Schaltungsteil hat. Das war auf jeden Fall schlimmer. Dann hat mir der Astra noch gesagt, ich soll mal in die Busleitung einen Vorwiderstand mit rein machen und dieses Kanshield hier hat einen eingebauten Vorwiderstand und den habe ich jetzt einfach mal hier aktiviert. Es ging ja jetzt so schon vorher, ich habe es jetzt einfach mal noch mit rein gemacht. Ich habe es gerade getestet, es funktioniert. Ja und jetzt habe ich mir gesagt, das heißt es eh immer offen. Ampere. Ich werde jetzt das Potti hier noch raus löten, das zweite und hier oben doch noch die Ampere ran machen, weil wenn ich eine Batterie laden will, ja das sind 20 Ampere. Gut, ich könnte bei denen 20 Ampere gehen, aber ich sage mal, wenn mit 10 Ampere ist es ein bisschen gemütlicher, man muss es ja nicht übertreiben. Also, also nochmal Scheiße und ich löte jetzt erstmal hier die Kabel an und dann noch noch rein, ja Potti rein und dann machen wir mal eine Entladetest. So, glücklicherweise konnte ich es einfach drehen, die Platine und wie ihr seht, das Potti ausgelötet. Da ist es. Ja, ich mache jetzt einfach noch die Kabel rein, für die raus und bohre hier noch ein Loch rein für das Potti. Ich habe jetzt leider nur noch ein gebrauchtes, was hier jetzt leider ist, also vielen Dank für den Spender und die messe ich vorher noch mal durch, der Sicherheit und dann baue ich alles wieder zusammen und dann habe ich noch eine Klinigkeit. So, Megapoddy ist drin, ich habe das Ding mal noch gerade gemacht und ja, jetzt zusammenbauen und mal gucken, ob es noch geht. So, alles angeklemmt, ich gucke dann später mal, ob ich hier noch eine Kappe finde, für den habe ich auch noch eine Kappe, aber mir ist es egal, wie es aussieht, ne, Hauptsache es funktioniert. Jetzt probieren wir erstmal das Setup so nochmal an, ich habe ja schon mal eine Autobatterie, äh, die Autobatterie, ne, äh, eine Mobilbatterie natürlich. So, und jetzt können wir hier eben theoretisch die Ampere regeln und scheint auch zu funktionieren alles. Schalten wir mal ein. So, jetzt haben wir 13 Volt. Ja, wir gehen mal ein bisschen höher. Und theoretisch müsste ich jetzt hier, doch, geht gut. Jetzt kann ich hier die Ampere begrenzen. Okay, da mache ich jetzt hier mal auf Minimum und ich baue mal um und mitlemmen mal eine Batterie an, wobei mit 60 Watt, puh, das wird ganz schön krass. Mal gucken. So, ich habe jetzt mal Autobatterie, Mensch, Autobatterie, Moped, Batterie, wobei das reicht doch nicht mal fürs Moped, oder? 4 und 3 Stunden, ja, kurz. So, jetzt müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen beim Antlemmen. Und zwar schalten wir erstmal an, ohne dass nicht durch die Batterie verbunden ist. Patz. Und dann sehen wir, ihr seht, das ist ein bisschen schlechter, 6 Volt. Wir brauchen aber... Achso, jetzt ist die Strombegrenzung schon drin, da man aus. Guckt mal. Müssen wir die raus machen. Der hat jetzt hier schon Strom begrenzt. Das funktioniert auf jeden Fall schon mal. So, ne, okay, ne Ahnung, ich würde jetzt sagen, machen wir mal 14, 14,4. Ja, komm. Ja, jetzt ist halt ein bisschen Risiko, wenn ich jetzt anklemmere, ich nicht wie Ampere, ne. Probieren wir es mal. So, bestimmt selbst. Achso, das sehe ich schon keine Ampere. Moment. So, ich habe jetzt mal eine Ampere-Zange drin und klemmere an. Oh, ich habe schon quatzen. Ne. Das macht ja gar nichts. Dann müssen wir mal schnell die Spannung gehen, so seltsam, dass die Batterie match ist. Ja. 14 Watt, 16 Watt. Nicht abmachen. 3 Watt, ja doch. Ein bisschen was geht rein. 14,7. Ja gut, da ist sie noch halbwegs voll, ne. Na gut, kann ich ja trotzdem noch ein bisschen vollladen lassen. Aber das würde jetzt schon, glaube ich, mein Ladetest hier entverfälschen. Deswegen mache ich das immer mit einer definierten Last, zumindest bei den Bosch-Aggus, weil ich genau wissen muss, wie viel da jetzt reingeht, ne. Äh, rauskommt, andersrum. So, jetzt gucken wir mal, wenn ich jetzt hier die Ampere... Ja. Ich kann komplett auf 0 fast runter. Und jetzt hier seht ihr. 10 Watt. 9. Ja, bei so wenig ist das schwierig. Müsste ich mehr Leistung rausfahren. Also es funktioniert auf jeden Fall. Könnt ihr auch eure Batterien laden und so weiter. Und zu guter Letzt habe ich gerade noch einen Kommentar gelesen, den... Ach, nennt man es jetzt nicht übel, dass ich deinen Namen mal nicht einblende. Und zwar war er im... Ach, ich weiß ja nicht mehr in welchem Video, Digga. Sorry, ich habe es jetzt gerade bloß schnell gelesen. Na, Moment. Irgendjemand im Chat, ne, so eine Scheiße gibt es bei mir nicht. Digital Experience... Experience? Hm, kann nicht so gut englisch, Digga. 2, 3, 9, 0. Vielen lieben Dank für deinen Kommentar. Er hat ja geschrieben, man könnte ja mit dem Ding, anstatt sinnlos Lampen leuchten zu lassen, einen Akkuladen, ne. Deswegen habe ich jetzt mal das Ampermeter noch eingebaut, das ist... Dann kann man eben... Kann ich eben meine Akkubank noch laden. Im letzten Teil hatten wir da auch schon drüber gesprochen, aber... Gute Idee. Und es gibt noch einen weiteren Kommentar. Ja, passt ja. Ist auch wieder von dir, Digital Experience. War das richtig? Ich glaube. Und zwar, wo gibt es denn diese Stecker? Ähm, also du meinst jetzt den... Den Stecker, ne. Du meinst den Originalstecker, den gibt es so. Also den Stecker hier, den... Der ist von einem kaputten Ladegerät abgeschnitten oder so. Keine Ahnung, hat er auch zu mir besorgt. Den gibt es aber nicht zu kaufen. Also ich... Nicht, dass ich wüsste. Wir haben jetzt noch rausgekriegt, im Großhandel... Könntest du jetzt 10.000 Stück, glaube ich. Da könnte mal was machen oder so. Aber ja, wir brauchen 10.000 von den Dingern. What the fuck? Ja, und dazu habe ich mal... Was findet ihr dann auch auf Fingiverse? Mir einfach hier... Einen Stecker ausgedruckt, ja. Hab ich. 3D-Drucker, ne. Ich habe jetzt mal die zwei Teile hier. Mehr ist das nicht. Und ja, da könnt ihr theoretisch euch selber so einen Stecker hier basteln. Oh nein, da ist nicht richtig drin. Moment. Ist noch richtig rein. So. So bin ich selber schief hier. Da liegt schon... Da lag jetzt schon hier ein bisschen rum. Spiegst mal gerade so. Ne. Und das ist... Da passt jetzt auch... Das wollt ihr natürlich jetzt sehen, dass der hier reinpasst, ne. Moment. Machen wir hier aus. Ich werde den Link zu den Dingern hier... Beziehungsweise sucht euch lieber selber einen bei Fingiverse. Da gibt es einige verschiedene, ne. Also die erste Version, die ich runtergeladen habe, die war scheiße. Und ja, müsst ihr selber mal ein bisschen gucken. Ich habe dann von der einen Version das Ding genommen. Das kann ich euch noch in der Beschreibung halten. Und von der anderen Version das. Und habe das, glaube ich, 8% größer gemacht im Slicer, dass ich es einfach hier oben drüber stecken kann. Ne. Fertig. So, hier ist jetzt... Das wäre quasi jetzt der vollwertige Stecker von Bosch. 5-polisch. Braucht ihr aber nicht unbedingt, ne. Stecken jetzt mal rein. Zack. Sieht auch halbwegs okay aus. Ob ich ihn jetzt wieder rauskriege. Na gut, wenn ich so hebele, kriege ich ihn raus. Und das sind einfach so KFZ. Das sind einfach hier so Flachsteckerhülsen. Von KFZ. Ihr seht, meine Box ist jetzt schon leer hier. Weil ein paar Kollegen wollen das hier auch haben. Und dann muss ich das über... Ja, ihr wisst, so eine Flachsteckerhülse hier. Die hier, Gegenstück. Babi. Ne. Mutti. Babi. Da braucht er zwei Fadis hier. Für die großen Anschlüsse Plus und Minus. Und für die Kleen habe ich mir auch der Endhülsen-Klein gekloppt. Na warte, ich zeige euch immer. Da gibt es zum Beispiel auch hier so lange, je nachdem. Oh nein. So, da sind wir wieder. Und zwar könnt ihr euer Kabel rein. Und dann je nachdem, wie ihr das haben wollt. Ich empfehle euch hier eventuell sogar die bisschen längeren zu nehmen. Und die könnt ihr dann hier Kabel reinpressen. Und dann bleibt vorne hier ein Stück übrig. Und das presst ihr euch einfach zusammen. Und dann habt ihr diesen Anschluss hier. Das ist einfach so eine bretgekloppte Dings. Die habe ich da noch ein bisschen angeschnitten hier. Ihr seht, dass es eben besser reinrutscht. Nicht so ein Viereck machen. Genau, hier habe ich noch eine. So, und das sind die anderen. Ah, aber bitte beachtet dabei, dass diese Flachsteckerhülsen, ich weiß jetzt nicht, wie viel Ampere die können. Haut es mal bitte in die Kommentare, falls das einer jetzt aus den FFW ist oder die Dinger hier. Gut, die Dinger sind ja nur Datenleitung, das ist egal. Aber die hier fließt ja dann die Suppe drüber. Und wenn wir jetzt hier mal reingucken, guckt euch das mal an. Also, kann man so machen, Jungs. Wenn wir jetzt, sag ich mal, wie in dem Fall oder vielleicht in eurem Fall, nur 1 Ampere oder aus dem Akku zieht oder so, naja, dann geht das schon. Die feine Englische ist es auch nicht. Naja, also es muss auf jeden Fall, ihr könnt jetzt nicht hier Kabel einfach reinstecken und das hier so lose hängen lassen, weil dann ist extreme Kontaktprobleme. Also es ist so schon, gerade so, Männer, das ist fast nichts. Ich weiß nicht, ob es davon hier noch dickere gibt, ich habe jetzt die Standort. Aber mir ist das ehrlich gesagt nichts, weil ich will ja aus dem Ding hier, ich kann ja 200 Watt, na gut, theoretisch kann ich 20 Ampere rausziehen. Und da wären wir ja dann bei fast über 700 Watt und 700 Watt über so einen Anschluss, der so hier drin rumwackelt, da könnt ihr schon, da habt ihr hoffentlich eine gute Brandversicherung, weil das hält definitiv nicht. Das brennt euch schon an. So, da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, einmal, dass man eben diesen Stecker nimmt und sich dessen bewusst ist und eben, ja, ich sage jetzt mal nur 4 Ampere, 2 Ampere, guck mal, wenn er 2 Ampere rauszieht, das sind schon 80 Watt. Bei 4 Ampere sind aber 160 Watt, ich weiß ja nicht, was ihr vorhabt, wenn ihr mehr vorhabt, so wie ich das einer weniger bin, dann müsst ihr euch ja so ein Kloppikabel machen, nee, Spaß. Dann hier, Manners, ne, also wenn wir uns das jetzt hier mal angucken, sieht man das so halbwegs, nee, das ist ja wesentlich dicker, ich stelle das jetzt mal hier nebeneinander, und dann könnt ihr auch die, die 20 Ampere ziehen, ne, also das ist ja nicht schon mal die Hälfte, so ein Ding. Also passt da ein bisschen auf, wie gesagt, falls es da größere gibt, haut das mal unten in die Kommentare, bitte. Ja, und dann, aber ich denke mal, es geht auch so, ne, also ihr könnt das schon, ihr könnt auch die, hier seht ihr, habe ich die Datenleitung mit den Kfz-Klemmen gemacht, also mit dem, falls ihr jetzt die Flachsteckerhosen nicht habt, das geht auch, ne, das ist kein Problem, das ist jetzt ein 4-polischer nur zum Entladen. Und ich empfehle euch natürlich, macht euch hier den 5-polischen, dann habt ihr alles mögliche, wie ihr es braucht, hier eine Klemme ran, oder was, und dann ist gut, dann funktioniert das. Aber wie gesagt, der Stecker, diese Version hier, was ihr in Finkifirst findet, oder so, also ich würde nicht mehr wie 2, 4 Ampere auf die Geschichte geben, ne, kleiner Tipp von mir. Falls da einer einen findet, der ein bisschen besser designt ist, eher so in meine Richtung, hier, weil ich habe jetzt auch keinen Bock, mich hier, um noch keine Zeit, mich hinzusetzen, das zu konstruieren und umzutüdeln, schickt mir da bitte mal einen Link mehr nach. Und ansonsten, wer keinen 3D-Drucker hat, und hier auch mit Bosch rumfummeln will, und ja, jetzt keine Ahnung, meinetwegen hier so ein Ding haben will, dann meldet euch einfach mal bei mir, oder so, und dann, das kennt ihr von Apple und iKlinken, das ist der Versand des Teuerste, ne, ist klar. Ja, oder ihr drückt es euch halt selber, oder ihr sagt, ja, keine Ahnung, ich habe noch einen Kumpel, oder wir sind eine kleine Bastelgemeinschaft, da drücke ich euch mal 5, oder so, wie ist denn, da lohnt sich's. Ansonsten, also ich empfehle euch sowieso 2, oder so, werde brauchen, ne, und ja, da würde ich euch einfach den Stecker dann schicken, so, ne, das könnt ihr euch dann selber zu Rest basteln, ja, mit Heißleim, oder ich hab's, ne, ihr könnt ja die Stecker rein hier, und dann mit Sekundenkleber und Backpulver oder irgendwas die Löcher dann hier auffüllen, und dann ist das bombenfest, Lena, Tipp noch, wenn ihr das mit Sekundenkleber und macht, müsst ihr dann hier, seht ihr noch so ein paar Reste, das läuft ja dann runter, das müsst ihr dann, wegkratzen, weil ihr sagt, da kein Kontakt hier, ne, seht man ein bisschen, gut, und dann funktioniert das alles noch, und ich würde sagen, damit können wir jetzt das Ganze auch abschließen, falls ihr nichts mehr habt, oder so, ist das jetzt von meiner Seite her abgeschlossen, funktioniert alles, Ampere, Woll, Bli, Blablub, und hier noch ein kleines Extra, wie gesagt, ich haue euch mal den Link nochmal in die Beschreibung von den Dingern, obwohl ich die nicht 100% empfehle, ne, einfach nur, dass ihr das auch drucken könnt, tschüssi. Jetzt muss nochmal noch ein kleines Nacht haben, oh nein, na, ok ist eh mehr weniger, da ist gerade, ähm, ja, ganz lustig, wenn ich jetzt natürlich ne Batterie anklemmen, ohne dass hier irgendwas angeschlossen ist, passt mal auf, zack, ha ha ha, bin ich natürlich, kann die Spannung sehen, hihihi, 12-3, ob das jetzt gut ist, weiß ich nicht, aber, ja, kann ich auch mal die Spannung mir angucken, als Ende hat, oh, perfekt, Komm! Like nicht vergessen! Tschüss!